Ich glaube, ich bin hier rein. Habe ich jetzt das obere entdeckt und nicht das untere? Lord. Da ist er! Die Reichtürstung hat sich auf 58 Punkte erhöht. Super! Perfekt! Perfekt! Das war es dann so ziemlich. Mit denen haben wir schon geredet. Nehmen sollten wir dieses Mal nichts. Also wird gespeichert. Sobald die Aussau voll ist, wird gespeichert. Da müssen wir nämlich nicht immer wieder warten, wenn wir jetzt dann bei dem Drachen... Oh, da seht ihr ihn! Da sind die Flügel! Da geht der gerade! Aber die Flügel sehen irgendwie kaputt aus. Ich weiß nicht. Sind sie zu weit weg, sodass wir sie nicht erkennen? Sind das sehr leichte Membrane? Oder ist das ein Skelettdrache? Oder einfach nur ein Drache mit kaputten Flügeln? Ich bin sehr gespannt, Leute. So, Austra ist voll. Speichern wir. Lassen wir sie voll und gehen vorsichtig hin. Vielleicht ist das ja nicht mal Monster, also Drache im Hinblick, äh, 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 Hinsicht Monster. Sondern vielleicht können wir mit dem reden. Vielleicht ist das ein Auftraggeber, ein Questgeber. Ich glaube, der greift uns gerade an. Au! Au! Entweder hat er keine Magie mehr. Ich glaube, er hat keine Magie mehr. Und er ist sehr langsam. Und er ist tot. Winziger Höllen-Drakin. Drachenhaut. Okay, da war ja mal irgendwie eine Enttäuschung, Leute. Irgendwie war dieser Drache gerade eine Enttäuschung. Ein riesiger dunkler Wald, Leute. Plötzlich ist alles dunkel. Das sieht hier ganz anders aus. Au! Au! Noch einer! Da, ich sehe ihn. Wir können jetzt hier sehr gut Zerstörung üben, Leute. Und ich habe irgendwie... glaube ich, wir sollten nicht in den Nahkampf gehen. Wie ein Ziger Höllen-Drakin. Boah, cool! Das sieht schön aus. Ist da was drin versteckt? Nein. Einfach nur was Schönes. Das ist der Nächste. Das ist der Nächste. Welche Mana mehr, wenn das so weitergeht. Zerstörung hat sich auf 20 Punkte verbessert. Ich glaube, mein Frost zaubert gerade sein... äh, sein Feuer zaubert... ist aber auch nicht gewehrt. ...wär zu hohe. Cool. Oh. Wir sollten definitiv mal speichern, Leute. Ich habe nicht mehr genügend Mana-Punkte, Leute. Es sieht so aus, als müssten wir in den Nahkampf. Okay, Nahkampf. Okay, selbst im Nahkampf sind die ziemlich schwach. Nur die Zauber sind sehr stark. Speichern wir. So, ich glaube, das hier ist der Weg. Nein, das ist nicht der Weg. Wo ist der Weg? Das hier ist doch der Weg, oder? Ja, das hier ist der Weg. Äh. Ah, hier geht es. Oh, oh. Es regnet. Zwei? Das sind jetzt nicht zwei, oder? Na ja, ab in den Nahkampf. Kurz war 40, 62 Punkte verbessert. Verdammt. Verdammt sind die schwach. Ich glaube, da geht es weiter. Ein Keiler. Der Keiler ist ja gegen Frost, Zauber, Moon. Also machen wir den schwachen Feuerball. Da kommt er schon. Daneben. Und ich habe keine Magiepunkte mehr. Na gut. Und ich habe keine Magiepunkte mehr. Hö. Höö. Höö. Atletik hat sich auf 26 Punkte verbessert. Nein, nicht die Ziege wieder. Boah, die Ziege. Ich vermute immer noch, dass irgendwo in Morro, wenn diese blöde Ziege auf einem Berg steht und ein Ziegenmonster ist. Dass er uns angreifen möchte. Geht doch. Hatte leider nichts. Was war das? Hm. Na ja. Gehen wir zurück auf den Weg. Einen Reh gibt es da. Auf die Insel da möchte ich. Das Reh kann warten. Ich gebe jetzt schöne Sachen, wenn ich irgendwie Kräuterkunde machen könnte. Was ich leider nicht kann. Was schade ist. Sehr schade. Sehr gut. Das ist eine Festung. Komme ich da rüber? Da ist ein Skelett. Und da ist wieder die Ziege. Schwerer Kriegsschwer. Ich glaube, ich möchte hier mal eben speichern. Da komme ich dann hin. Hier ist ein Baum umgestützt. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Da unten ist ein Hase. Okay. Tiefa! so wer bist du oklu es ist schon sehr lange her dass mir dunkel von solch einem grandiosen aufzug begegnet ist kann ich euch helfen ja mal sehen bewundern sprecht es unverhohlen ausdruck ok armonat ist der alte feind der lebende er ist alte von der lebenden ich glaube das kenne ich schon ja ich glaube wir kennen hier alles hmm ach das ist eine wache ja ich weiß du magst mich nicht der greift uns an leute wir machen einfach mal nichts soll die wache sich darum kümmern ich kräfte mich an der hat die wache geschält was ist das für ein verrückter ein wilder keiler die wache ist von einem wilden keiler besiegt worden leute schwache wache 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 ist die gibt es jetzt nicht mehr ok waffen es gibt blut axt cool dann hier leichte rüstung da habe ich ja die hier mit 96 gerüstet rüstung die hatten 19 lederhahn ist 9 da sind wir mit 145 auch besser hier leicht hier schwer und den zweiten haben wir gar ach doch hatten wir hier 9 und hier auch 9 1,5 kilo drei kilo nein dann lieber den hier der wiegt weniger aber hier halten wir rüstung set 5 und wiegt 10 dann nehmen wir hier den da schulterplatten haben wir eine netzschleder schulterplatte links das ist genau die da nehmen wir jetzt direkt auch noch dazu netzschleder stiefel mehr rüstung weniger gewicht und netzschleder turmschild weniger rüstung und weniger gewicht naja nein dann nicht das aber netzschleder hatte ich ja ganz vergessen dass wir das auch noch haben ich speichere mal 20 punkte ein punkt stärke waren glaube ich fünf kilo das heißt wir können dann 100 kilo mehr tragen ja wie lange hält das eine minute bitte lass da drin einfach händler sein ich will jetzt nicht gegen den pestwolf kämpfen verlassene burgru die tür bewegt sich keinen spalt so ein mist eine verlassene burgruine so ein mist hier gibt es keine oder vorne wäre es fast wisst ihr was wir legen das zeug einfach hier hin ich hätte es vorhin auch schon weglegen sollen aber naja bis wir uns wieder bewegen können so wir lassen die hier und erkunden einfach weiter also die burgruine es ist eine verlassene burgruine und da kommen wir leider nicht rein okay aber sonst hätten wir hier alles soweit ich sehe hier auch sonst gar nichts kein dungeon kein einfach gar nichts aber ich möchte das da aufdecken ich glaube er hat uns gesehen endlich ein bisschen licht okay wo ist der ich höre ihn aber ich sehe ihn nicht da kommt er ich sehe ihn nicht Okay, schafft. Das wiegt 1 Kilo, das können wir tragen. Die Version hat sich auf 22 Punkte verbessert, Leute. Geil. Habe ich das jetzt schon? Nein. Da ist der Nächste. Einer? Die Zerstörung hat sich auf 21 Punkte verbessert. Da rechts wäre zwar auch noch einer, aber ich bin fast überlastet, Leute. Und jetzt habe ich... Die Zuflucht der Garde. Wir gehen mal auf den Weg, speichern und dann gehen wir einfach mal weiter, Leute. Ich bin sehr gespannt, wie wir da hinkommen, ob es da einen Weg hingibt. Und jetzt speichern.